2.000 Autos gleichzeitig hier drauf. Stadtführung? Ja, ich habe jetzt noch keine Zeit gehabt, ich war unterwegs. Hier wird sich eigentlich gar nichts ändern. Der Nächste, so geht das hier und her, ganz den Tag. Da kommt ein Vollacht. In den 20 Minuten sind 25 Lkw hier vorbeigefahren. Da fahre ich demnächst auf die Nordumgehung um Bad Oeynhausen herum. Und das ist im Prinzip die alte Strecke durch Bad Oeynhausen. Wer das alles so ausgetüftelt hat, das waren auf jeden Fall keine Leute, die hier irgendwo in der Nähe gewohnt haben. Eher die aus dem besseren Viertel kamen. Guck mal, kommen ganz gut Äpfel, ne? Das ist schon alle rot, das ist toll. Die Schöne und das Biest. Wir sind seit 40 Jahren dabei, die Umgehungsstraße zu bauen. Renne, renne. Komm, renne, renne, renne. So, wir rufen Sie hin. Wir sehen, als Sie in der 10-10-30- shotgun-wärts. Wo-bwheels stehen. Vielen Dank.